Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Es geht heute darum, dass ich einfach für die in die Karten schaue. Was sollst du im Moment in Sachen Liebe wissen? Was ist wichtig für die? Auf was darfst du hinschauen? Das mache ich jetzt. Okay, ich arbeite mit dem Paulina Tarot. Und du weißt, so hoffe ich, dass dies eine kollektive Legung ist und keine persönliche Kartenlegung ersetzen kann und soll. Ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, dann sei es so gut und trai das entsprechend um. Ganz, ganz lieben, herzlichen Dank. Danke für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal, für deinen Kommentar. Wenn du möchtest. Was sollst du jetzt gerade in Sachen Liebe wissen? Ich schaue erstmal, in welcher aktuellen Situation du gerade bist, damit du weißt, ob du mit dabei bist. Ja. Ja. Vielen Dank. Also wenn du mit dabei bist, dann ist es so, dass es da definitiv jemanden gibt, jemanden, der sehr gerne auf dich zukommen würde. Page der Münzen, aber nicht kann, ja, mit dem Gehängten. Da liegt er, der König der Stäbe. Für ihn bist du die Traumfrau, du erscheinstes Herrscherin. Er verehrt dich sehr, aber er kann nicht auf dich zukommen. Warum? Er weiß nicht wie, er ist komplett verwirrt, die 7. In der Kelche. Er hätte gerne ein Date mit dir. Aber warum kann er nicht auf dich zukommen? Du bist der Grund. Kann es sein, dass du ihn blockiert hast übrigens, denn die Karten sagen, du hast dich entschieden. Als Königin der Stäbe, sehr eine selbstbewusste Dame, du hast die Entscheidung getroffen, und hast du die Herzensentscheidung, dass du dich verschließt, die zwei der Schwerter gegenüber einer sehr ungesunden Situation mit diesem Herrn. Sie hat ja nämlich komplett die Kraft geraubt, liegt da. Das heißt, er kommt im Moment nicht wirklich auf dich zu. Was sollst du wissen zu dieser Situation? Und das schauen wir uns an. Wenn du da resonierst, bleibst du sehr, sehr gern dran. Ich habe da jetzt mal eine andere Position ausprobiert wegen dem Licht. Ich hoffe, das ist so ein bisschen besser. Es war nicht optimal, wie ich es bisher gehabt habe. Aber ja, nachdem ich da keine Profi-Beleuchtungen habe, sondern einfach ganz normale Lampen und Tageslicht. Naja, braucht es ein bisschen Kreativität manchmal. Und herumstellen von Tisch und Lampe und so. Naja. Naja. Es gibt da eine Fortsetzung, eine Vertiefung zu dieser Legung. Was das ist, wo ich da eine schaue, das zeigt sie jetzt im Laufe der Legung. Link findest du in der Infobox, da geht es dann zu Vimeo. zur Fortsetzung. Was sollst du wissen zu dieser aktuellen Situation? Schalte den Verstand ein, damit du wieder zu deiner Kraft kommst. Schau dir das an. Damit du auch in deiner Kraft bleibst und zwar in deiner Herzenskraft. Man kann das so sehen. Die Kraft und die Liebenden. Was darfst du sonst nur wissen? Arbeite daran, dass du die wirklich regenerierst. Diese Sache hat dich sehr, sehr hergenommen. Sie hat dich sehr ausgelagert, ja. Wir haben ja zuerst schon gesehen, dass sie dir sehr, sehr viel Kraft geraubt hat, weil sie sehr ungesund war. Die ganze Situation. Was noch? Es ist von deiner Seite Zorn da. Ja, du bist zornig. Klick da. Schau, dass du diesen Zorn abbaust. Wirklich. Lass ihn zerkrauchen mit dem Turm. Lass ihn echt zerkrauchen. Denn da kommt dir die Freude wieder. Sehr schön. Ich schau mir jetzt in der Fortsetzung an. Was der Herr vorhat. Was du da erwarten darfst. Das schau ich mir an. Wie dir gegenüber steht. Hat er Handlungsschritte? Hat er dir gegenüber geplant? Wenn ja, wie schauen die aus? Das schauen wir jetzt an. Wenn es mich ist, sehen wir uns da wieder. Ich wünsche dir nur das allerbeste. Viel, viel Segen für dich. Und bis bald. Stella. Bis bald. Ja. Zuolve. Absch. Daniel.